Es gibt im Oktober 2024 eine doppelte Rentenzahlung für alle Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich schaue gerade in meinen E-Mail-Account rein und habe eine Anfrage bekommen vom 07.10.2024. Dort schreibt der Kunde oder der Anfragende, sehr geehrter Herr Knöppel, ich habe das angehängte Video entdeckt. Ich wollte nur wissen, was dran ist oder ist das wieder mal fake? Ich bin Rentner und Alleinverdiener für meine Frau und für mich für eine kurze Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, meine Damen und Herren, und dann bin ich mal auf den Link gegangen, den unser Kunde da oder unser Anfragender dort uns geschickt hat. Und siehe da, der ganze Irrsinn hört leider nicht auf auf YouTube. Da gibt es also eine YouTube-Seite, die nennt sich Deutsche Senioren. Ja, können Sie hier mal drauf gehen. Ich mache es mal ein bisschen größer und dort wird dann mitgeteilt, dass es ab Oktober 2024 oder ab 1. Oktober doppelte Rentenzahlung gibt. Ich spiele Ihnen das mal ganz kurz vor, meine Damen und Herren. ...doppelte Rentenzahlungen für alle zum 1. Oktober. Achtung, Rentner aufgepasst. Ab dem 1. Oktober gibt es eine Sensation für euch, doppelte Rentenzahlungen. Ja, Sie haben richtig gehört, jeder Rentner in Deutschland bekommt im nächsten Monat den doppelten Betrag seiner regulären Rente. Was steckt hinter diesem Geldregen? Wer profitiert davon und wie wird das Ganze finanziert? Ja, meine Damen und Herren, hier steige ich mal aus. Hier höre ich einfach mal auf, meine Damen und Herren. Ich hatte das ja auch schon in anderen Videos angeteilt. Das habe ich jetzt mal, sagen wir mal, für Sie ganz klar gemacht, völlig unverständlich für mich, wieso 2050 Abonnenten diesen Kanal abonniert haben. Vielleicht ist das ja so eine Art Belustigung. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie es auch erkannt haben, diese Internetseiten, die gibt es ja nun bei YouTube zuhauf, meine Damen und Herren. Die werden via KI wahrscheinlich generiert und dort wird rund um die Uhr so ein, ich sage es jetzt wirklich mal, Unfug produziert. Und tatsächlich springen doch Leute darauf an und schreiben uns dann an und fragen nach, ob das wirklich stimmt. Meine Damen und Herren, das ist absoluter Unfug. Es gibt im Oktober 2024 keine doppelten Rentenzahlungen für gesetzliche Rentner. Ich wäre natürlich dafür, dass Sie doppelte Rentenzahlungen bekommen, ähnlich wie in Österreich als 13. und 14. Monatsrente. Aber so etwas gibt es gar nicht. Und auch der Bundestag hat überhaupt nichts zugesichert, sondern der Bundestag beschäftigt sich aktuell mit völlig anderen Themen. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie auch in die Kommentare da reingucken, dann schreibt da zum Beispiel eine Dame, wer denkt sich denn so ein Schwasinn aus, nicht jeder Rentner ist so bekloppt, das zu glauben. Das Gegenteil wird passieren, nämlich Rentenkürzungen. Ja, meine Damen und Herren, da will ich jetzt mal nicht so stark einsteigen. Ich will einfach nur sagen, die Kommentare dort sind relativ eindeutig. Die erkennen selbst auch, dass das hier Fake News sind. Ich bin der Meinung, dass solche Kanäle eigentlich von YouTube gelöscht werden müssen. Sie können das gerne auch bei YouTube melden. Ich habe das natürlich für diesen Kanal auch gemacht, habe da eine Meldung rausgeschickt, dass das hier eine absolute Falschmeldung ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, steigen Sie bitte nicht auf diesen Unfug ein. Das sind Falschmeldungen. Es gibt im Oktober 2024 keine doppelte Rentenzahlung für alle gesetzlichen Rentner. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Alles Fake News hier. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.